so Leute willkommen zurück zu Let's Play Banish die sind jetzt hier gleich fertig mit meinem Feld dann können wir endlich anpflanzen so was haben wir denn hier so schönes The Corn Ja man, zwei Leute, zwei Leute Arbeit, perfekt so, ihr braucht nur zwei, perfekto du kannst da hin ihr Leute, ihr könnt das hier noch ein bisschen abholzen wenn das gehen würde das braucht ihr jetzt nicht thank you bravo macht ihr das doch eigentlich könnt ihr hier das auch noch abhacken und hier das auch noch das wär nett also hier runter muss ich auch noch alles abhacken dann macht man nur bis hier zur Hälfte ach, seid ihr schon dran gut so Leute dann sollt ihr hier das mal schneller zubereitet werden so so kommt Leute was war das ein Leggy so, wenn die fertig sind dann tue ich endlich mal die scheiß Hühner rein so und dann hab ich Chicken und dann noch das andere Zeug von den Kühen oh, das wird geil direkt nicht vergessen Plexmouth brauche ich unbedingt baue ich mal hier hin ich kann direkt auch mal aufbauen so weil Plexmouth und so brauche ich unbedingt ähm ähm Twilight brauche ich jetzt nicht so unbedingt oder ähm 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 hauptsache wir haben Plexmouth da ist jetzt auch gleich fertig ach nee da muss ja noch was hingebaut werden so und der Winter ist da so dann trinke ich nochmal was ey hier ach 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 so viel habe ich noch nie geredet im Let's Play ähm ja deswegen ist auch mein Mund trocken so die sind gleich fertig nur noch fertig bauen und dann können endlich meine die coolsten Hühnereien die coolsten Hühner können dann nachher rein du 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 Bogen deswegen ist er noch so fast kalt ich vergesse alles ihr Rottkader ritz zum zu Shane so um da müssen auch noch zwei rein und schicken so leute schicken das da das kann auch gleich gemacht werden und kann das auch nicht stich bei einem Ort erstmal hier den Wodkader weil das wichtiger ein Leibauer haben auch noch so da baut ihr bitte Korn an sehr schön wir haben Hühner wir haben Korn das gibt nicht alle Tage sehr schön ach so wo der Wodkader jetzt hier äh ne wo der ähm Dings jetzt ist kann ja auch nicht so viel Holz angepflanzt werden deswegen muss man hier alles wegholzen alles weg machen äh alles weg machen mit Stein und Eisen weil sonst können hier auch nicht so viele bäume anpflanzen doch macht das gleich wenn ich alles fertig gebaut habe und mein Auk Akku vom Handy geht langsam leer weil ich stelle hier immer bei der Aufnahme Prozent ähm die Stoppuhr deswegen eieiei so ähm essen haben wir nix mehr ja schweiß alter nächste Saison kommt was ordentliches ich hatte letztes äh die ich habe U Wacht alter 30 Leder 1000 vielleicht er ja da bekommt ihr mal wieder was was leckeres nicht vergessen auch dann wenn Zeit ist meinen Brunnen zu bauen. Aber jetzt noch nicht. So, wir müssen unbedingt mal Wege bauen. Die hab ich mal voll vergessen. So, wegen den scheiß Dinger kann ich hier nicht rumbauen. Ah, so, okay. So. So, Rom und so. So. So, so, und so. Gut. So geht's doch. Und der Wodka, das werde ich geil. So, schnell mal auf 300 schalten, weg damit und das da bauen. Zwei Laborer hab ich, sehr schön. Da könnt ihr hier das mal alles wegholzen, äh, wegmachen. Und dann kann auch bald der Purgles gebaut werden, der Wand House, nochmal ein Haus, der Gatorer Hood, der Stone Branch oder wie das heißt, keine Ahnung. So, jetzt kann ich doch hier auch, perfekte. So, das Schicken. So, ich habe mich gerade gehört. Ja, ich habe euch auch hier. Weizen seid ihr am Pflanzen, sehr schön. Ja, man, das kommt. Ach ne, Korn. Weizen. Äh, ne, alter. Piss Korn, so. ich kann auch nicht das Spiel aufhören zu zocken, ey. Und wenn ich das zocke, nehme ich auch direkt immer auf. Ich habe richtig Bock dazu. So, bis dahin passt genau. So. Der Hunter passt genau da rein. Der Faust da. Pust auch nicht. Doch, da. Bis dahin? Gut. So, einfach mal weg. So, das kann auch mal hier hin. Ich glaube, zwei Leute reichen auf dem Feld. 11 bis 32 Gründer passen rein. Ist gut. Bald bekommen wir auch Schicken. Das Schicken-Puest. Und dann ist ja alles gut. So, dann baue ich schon mal voraus. Hier diese... Holzhäuser. Später abquete ich sie, ja. Dann machen wir Steinhäuser. So. 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 Und so. Perfekt. Hier können wir noch ein kleines Lager bauen. Oh, bei Banish ist gerade Gewitter, glaube ich. Ey, passt genau. So, letzter Sommer, oder? Early Sommer. Oder Anfang Sommer, jetzt weiß ich jetzt nicht. Scheiße, ich glaube, erster Sommer, oder? Ja, gut. Dann warte ich noch ein bisschen, bis mit der Ernte. Ähm. Ne, ich mache sie jetzt weg. Bevor wieder gleich Winter da ist. So, hier, wie sieht's hier aus? Juhu. Das sieht doch schon mal schön aus. Ja, das Gewitter. So, drei neue Laborer habe ich. Dann könnt ihr mal hier oben... Ähm, warte mal. Ihr sollt mal hier den Plexmith weiter... Ups. Weiter höher bauen. Kommt, Leute. Kann man hier so ein großes Lager hinbauen? Nur bis zehn. Da, da passt der hier richtig... Gut, was hin? Dann kann man hier die Reihe auch noch mit Häusern machen, oder so. Ah, ne, doch, ne, doch. Für. Das ist ja mal schön. Hier passt einer hin, da passt... Daneben noch der da hin. Ja, Mann. Und vielleicht noch ne Kirsche. Ne, äh... Tower. Ja, passt alles noch hin. War das Bausch mal da hin? Dann, dass ich das nicht vergesse. So. Dann wieder ein Weg dazwischen. So. Dann bis dahin. Und dann noch ein Krankenhaus. Ein Hospital. Das macht ihr bitte bis 250. So, ihr baut jetzt erstmal... Das ist bald voll, ey. Dann baut daneben noch ein größeres Feld. Zehn mal zehn. Und dann... Hier der. Gut. Essen hab ich auch. Ist okay, gut. Dann hier passt doch, glaub ich, noch bitte... Nein. Das soll jetzt verarschen. Dann baut ihr jetzt erstmal hier... Das weg. Und bevor ich die Schule und so alles baue... Seht ihr auch wieder in der nächsten Folge, Leute. Bis bald, Leute. Tschüss.